Ich erinnere mich leider. So, wir sind wieder in einem Gebiet, wo wir uns den Arsch herpfrieren. Noch nichts. Doch, doch. Ich friere schon. Echt? Ja. Du bist so spät zur Party. Ach, du bist da hinten schon reingelaufen? Ich bin schon reingelaufen. Und hab auch gar keine Condi mehr hier irgendwie gefühlt. Irgendwo. Boah, du bist das. So. Also wir können halt in die große Cave noch reingehen. Wir hätten noch mit der Raft weiterfahren sollen. Jetzt frieren wir uns hier den Arsch. Da sind vier Kannibalen. Warum frieren die eigentlich nicht? Keine Ahnung. Angepasst. Macht Sinn. Und tot ist der Hase. Warum hebt man sich nicht? Weil jetzt ist hier nicht mehr feucht. Na? Kollege? Pass auf. Oh, ist du ein Schwein. Was? Der ist auf dich zugerannt und du hast ihm in dem Moment einen Headshot gegeben. Ich wollte den eigentlich davor schon einen Headshot geben. Hat aber nicht so funktioniert. So friere ich immer noch. Du bist nass. Bau dir ein Feuer, um dich zu wärmen. Hier sind noch ein paar. Oh boy. Muss das jetzt in der Nacht sein? Ich seh nix. Oh, ich bin tot. Das ist kacke jetzt. Kannst du deinen Flammbärenpran nicht nutzen? Ah ja, dann musst du das mal. Erst mal auswählen. Bewachen die dich? Kann das sein? Wie viel habe ich noch bei dir? Äh, ich hab noch. Ich hab gerade mal 22% oder so voll. So, join the fight, my friend. Alter. Ich. Bin gerade im Ding steckengeblieben. Ich kann jetzt. Trilltot? Ja. Jetzt passt bitte auf. Hinter dir. Ja. Jetzt passt bitte auf. Hinter dir. Ich bin noch nicht mal mit der Animation durch. Ach so, ich kann mich verteidigen. Und gleichzeitig kann ich dich wiederbeleben. So, jetzt heil dich. Ja, nee. Heilen ist glaube ich schlecht. Oh, die ist auch tot. Oder? Alter, wie viel? Ich fuhre schon wieder. Ich bin noch nicht. Oh, ich bin noch nicht. Oh, ich bin noch nicht. so schnell wie die zack ich habe kein Feuerzeug mehr das heißt die werden alle wollen wir ein Feuer machen? wo sind die? sind die immer noch irgendwo oder sind die alle tot? also ich habe einen hier hinten noch getötet ok ich habe auch einen getötet aber es waren irgendwie drei oder vier genau einen hatte ich ok die war doch nicht richtig tot jetzt ist sie tot so warte mal ich mach mal kurz ein Feuer so ich leg dir mal einen Hasen drauf damit du dich wieder ein bisschen hochheilen kannst mit Essen und so ja ich habe gerade schon Midis genommen das ist nicht das sehr gut aber wie gesagt das ist ja Essen schalt glaube ich sogar so nicht und vielleicht schauen dass wir vielleicht nochmal zum Raft kommen oder so ne können wir hier auf der Seite gar nicht mehr wir können ja gar nicht mit dem Raft woanders sein wir können ja nur hier sein ja ich würde mich halt hier weiter bewegen weil wie gesagt ich glaube oben diese Abgrenzung da kommen wir eh glaube ich nicht weiter so ich bin jetzt auf jeden Fall wieder voll was Essen angeht gut das heißt wo willst du jetzt lang hier weiter unten geradeaus dass wir hier die Karte nochmal kann man eigentlich da oben wenn du die Karte anschaust da wo die Leselampe ist kann man da irgendwie rein sieht so weiß ich nicht kann man schauen dass wir müssten wir haben ja jetzt praktisch hier noch so einen ganzen Strich nach unten der einfach ausgegraut ist das heißt wir reden jetzt einfach nach Süden runter oder wie genau ein bisschen nochmal nach Osten oder nach Süden aber wo ist jetzt Süden wo ist der Kompass witzig rechts neben der Tasche hab ich gesagt Süden richtig ein bisschen nach Osten oder nach Süden also erstmal hier lang da hinten sind schon wieder Kannibalen echt? ja den mit der Lampe gesehen so jetzt würde ich nach Süden gehen oder? ja jetzt ist Süden was ist das? die da ist ein Toter ich hoffe du hast dich nicht irgendwie versehentlich die Klappe unterstürzt ich hör wieder da kommt einer wo bist du? Alter Alter da komm her oh Sack 3 da komm nochmal 1 2 3 das war noch irgendwo einer oder? das ist noch irgendwo einer das ist noch irgendwo einer also hinter dir ich seh ihn nicht da ist er da komm 1 2 3 jetzt kommt er wieder weg wie viele Pfeile braucht der Typ? äh er hat sich gerade versucht den Busch zu verstecken na komm na komm so kannst du ihn haben gut was wollte ich jetzt gerade? ich wollte nach Süden nach Süden also da lang warte mal da kommt einfach eine ganze Menge nichts wir können glaube ich noch ein Stück nach Osten da ist schon wieder einer wo genau? hier vorne hinter dem Baumstumpf da ist ein dicker pass auf ja das ist so einer der auch springt oder so ich nenne ihn einfach mal Max Speck aber da war doch irgendwo gerade ein oha 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 Vorsicht 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 nicht zu nah ran Vorsicht jetzt seh ich ihn natürlich nicht weil er dunkel ist weg von ihm weg von ihm hab den angezündet aber wer hat mich du darfst ihm nicht zu nahe kommen wenn er stampft ja alles hab ich auch gerade gedacht Russa er stampft irgendwo neben mir Vorsicht 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 wird wütend hört dich glaube ich irgendwo versuchst du dich gerade ganz langsam zu mir ranzupirschen versuchst du dich gerade ganz langsam zu mir ranzupirschen 90% an ich sehe halt nix Alter ich muss ihn von dir wegkriegen irgendwie kannst du ihm nicht dynamit oder so zu werfen 80% renn einfach von ihm weg bitte jetzt renn weg ja die animation muss aufstehen die animation muss aufstehen läuft sei kacke ich sehe ihn halt kaum noch wie hat er mich zum fick jetzt erwischt durch seinen sprung läuft oh hat er mich umgeboxt Vorsicht jump lauf weg boah Alter ich sehe ihn halt nicht irgendwann hier rauf klettern bitte da wo ich bin oh er kommt da mit rauf oh Vorsicht er ist down ich habe es gesehen Alter ich habe halt das dynamit geworfen und ich dachte alter du stirbst gleich mit weil du genau aufs dynamit gelaufen bist oh 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 boah was zum wir sollten einfach einen speicherpunkt finden sonst haben wir wie der sieht schon eklig aus ja Vorsicht hinter dir wo wo oh da war da 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 kommt ja alter diese kack feuerzeug thematik ne komm her zu mir nicht zu ihm zu mir ja komm alter eins zwei drei ja komm her so kannst du deine pfeile wieder sammeln wo sind wir oh Gott oh Gott oh Gott aber siehst du jetzt haben halt wieder was aufgedeckt dadurch dass wir weiter irgendwas ist über uns im Norden kann sein können wir gucken hier lang muss irgendwas sein mal ein bisschen weiter mal ein bisschen weiter irgendwie ein village oder so wo ist das bei dir auf der Karte auch? mhm muss irgendwo rechts von uns jetzt sein hier oben vielleicht drauf hier es sieht halt aus wie die Höhleneingänge die wir ja ich höre wieder was alter siehst du was? waren wir hier nicht schon mal? ne glaub nicht ich ich habe so viel hunger dass sogar der andere jetzt lecker aussieht es kommt großer pass auf geh weg so hast ihn schon sehr gut da kommt noch einer warte warte pass auf okay frau mich frau mich frau mich 1 2 und Pfeil in den Kopf so hier ist mal ein bisschen Stoff diese Sekunde wenn die halt stehen bleiben das ist das was ich versuche immer auszunutzen Aloe Vera aha aha ist das gut oder ist das schlecht ich habe Aloe Vera gesammelt was auch eine neue Pflanze oder was? habe ich gerade Aloe Vera gesammelt? ja du hast Aloe Vera gesagt deswegen war ich gerade so hä neue Pflanze ja die weibliche Form davon so ist hier irgendwo ein Höhleneingang ich muss kurz mal was sammeln boah bitte brauche ich nicht einfach mein mein blödes Spray behalten hier war doch ein neues oder nicht? hier? hier keins also hier müssen eigentlich drei Eingänge sein hundertprozentig aber ich höre wieder wieder war ein Wildschwein echt? ja gut ich nehme das aber die Kanister die hier rumliegen sind natürlich auch nicht zu verachten es sind nicht drei Eingänge das was wir da sehen sind einfach drei Hütten kann auch sein so das heißt hier haben wir das schon mal entdeckt dann können wir jetzt weiter in den Süden ja kurz gucken wo der Süden eigentlich ist der ist hier lang also eigentlich Richtung Haus mit Hammer siehst du das? mhm genau das ist eigentlich das Süden das ist direkt der Süden da ist ein kannibale ich glaube den ignorieren wir einfach oder? ja ich glaube auch das ist ein das ist ein das ist ein das ist ein